Vladek. Vladek? Ja. Gibt's die noch? Ne, wir sind alle tot. Wir sind alle tot? Ja. Mensch. Ja. Und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Oh ja, Mensch. Ja. Er ist schon mit 65 gestorben. Oh ja, okay. Elisabeth. Ja. Auch schon tot. Ach, das war die Schwester, ne? Ja. Wenn ich das richtig weiß. Ja. Oh Mensch.